Hallo ihr Lieben, jetzt nach dem Oktoberfest live, dachte ich, ich gehe nochmal live und packe eure Bestellung. Wo bin ich? Im Kusches Lager. Ja, hier packen wir fleißig jeden Morgen eure Bestellung. Das heißt sogar, wir sind schneller als Amazon Prime, weil ihr oft eure Pakete schon am nächsten Tag bekommt. Also kommt mit mir mit, behind the scenes. Ich packe jetzt die Bestellung, die wir am Freitag bekommen haben. Und ihr könnt einfach mal reinschnuppern, was andere denn so bestellen und ich erkläre euch auch die Kusches Produkte. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch bitte jederzeit. Die Ines, die ist auch mit dabei. Hallo ihr Lieben und die beantwortet mit mir eure Fragen. Also her damit und wir packen schon die gleich erste Bestellung. Und zwar haben wir den Alexander und der hat nämlich dreimal die Dreierlei bestellt. Also die Dreierlei, das ist ja unsere Snackmischung. Wirklich ideal, wenn man die Snacks einfach mal durchtesten möchte. Oder wenn man ja auch ein bisschen Abwechslung haben möchte und jetzt nicht die eine Favorite-Sorte hat. Dafür sind die Dreierlei wirklich perfekt. Und dann haben wir ja wahrscheinlich hier einen Knabberer, denn er hat nämlich noch die Hard Cheese und die Hard Cracker bestellt. So, die hole ich nämlich jetzt. Was ist der Unterschied zwischen Hard Cheese und Hard Cracker? Ja, also natürlich beide Produkte ideal für unsere Knabberer. Aber die Hard Cracker, die sind nicht ganz so steinhart. Die Hard Cheese, die sind wirklich für die, die richtig was zu tun haben möchten. Tendiert eure Fellnase eher dazu, wirklich drauf rum zu knacken, dann ist es nicht das richtige Produkt. Dann lieber zu den gepufften greifen oder ja zu den Zahnputzflocken, die Alexander auch bestellt hat. Und zwar nehme ich die Zahnputzflocken Großpack und Papi. Und das heißt also, die ist jetzt hier mit dabei. Das heißt also, hier hat er auch nochmal eine super tägliche Zahnpflege. Und wenn ihr aber jetzt sagt, okay, meine Fellnase mag richtig steinharte Sachen, dann haben wir ja auch was Besonderes für euch momentan zum Oktoberfest Live. Haben wir ja auch traditionell immer unsere Käsebrezen. Die hole ich mal für euch. Und da hat eure Fellnase richtig viel dran zu tun. Die wird natürlich auch liebevoll von unseren Mitarbeitern per Hand geschlungen und ja wirklich in diese Form gebracht. Und die verbrennen sich da auch jedes Mal die Finger dran. Also wahrscheinlich, wenn das produziert wird, muss ich euch eigentlich mal mitnehmen nächstes Jahr. Da werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit Autschi, Autschi, Autschi. Aber das tut man nicht alles für die Fellnase. Also natürlich, also hier für einen Familienbetrieb aus Bayern gehört natürlich eine Käsebrezel mit dazu. Und das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Heute zum Live gibt es ab 35 Euro Warenkorb unserer Wurst von Pauls Beute. Nämlich auch Käsebrezel mit Käsekreiner. So und die legt sich ab 35 Euro Warenkorb mit dazu. Ihr könnt aber auch beide Sachen gerade im Bundle kaufen und hier auch noch ein bisschen sparen. Also wenn ihr eure Fellnase einen langen, knapper Spaß bereiten möchtet, dann eignet sich die Käsebrezel. Jetzt hat der Alexander leider ja am, ähm, glaubt am, gestern früh bestellt. Wenn ihr wissen wollt, wann wir live gehen möchten und wann es ja dann auch die Aktionen gibt, meldet euch zum Newsletter an. Dann erfahrt ihr das und dann wisst ihr auch genau, wann ihr eure Bestellung tätigen müsst. Und dann könnt ihr natürlich dann auch von den Aktionen profitieren. Also unbedingt zum Newsletter anmelden, wenn ihr es dann halt sonst auf den Social Media verpasst. So, aber natürlich bekommt Alexander trotzdem ein Geschenk von uns mit dazu. Das legen wir immer jeder Bestellung mit dabei. Egal wann er bestellt, wie viel ihr bestellt. Ein Geschenk gibt es immer vom Kuhchefs. So, Käsebrezeln, Käse, keiner lege ich aber gerade jetzt hier hin. Er hat was zum Knabbern, er hat seine Dreierlei und dann gibt es natürlich jetzt hier auch noch Geschenke mit dazu. So, und er bekommt auch noch unser Käseblatt. Das ist ja auch unser Magazin und da könnt ihr auch viele Rezepte finden, die ihr nachmachen könnt. Tipps für Silvester sind mit dabei. Also das legt sich aber ganz am Ende dann dazu. Hier ist immer jeden Morgen der Picker und der bereitet die Bestellung vor. Und das geht dann halt hinter dieser Laufbahn zu den anderen. Und die packen dann eure Pakete wirklich liebevoll ein. Und viele denken immer, das ist alles so automatisiert. Aber wir produzieren ja wirklich alles selbst. Und es ist noch sehr viel Handarbeit. Das heißt, jedes Päckchen, was ihr bekommt und auch jedes Produkt, das ist oft schon noch per Hand eingepackt worden. Liebevoll. Und deswegen steht da auch wirklich noch ganz viel Handarbeit dahinter. Und das ist gar nicht so automatisiert, wie man das vielleicht im ersten Moment immer denken mag. Und das Besondere ist auch, dass ihr das aus einer Hand bekommt. Das heißt, wir produzieren selbst in-house. Wir verpacken alles selbst. Also und wir sind auch euer Ansprechpartner auf Social Media. Genauso wie wir das jetzt gerade machen. Ja, wir gehen live. Also ihr könnt auch jederzeit eure Fragen stellen. Deswegen bitte her damit. Und ich beantworte die auch sehr, sehr gern. Wir stehen für unseren ganz besonderen Kundenservice. Denn eure Fällen nahe sind auch ihr. Ihr seid unsere Priorität. Wir möchten euch die Produkte erklären. Und deswegen freue ich mich auch über jede Frage, die ihr uns stellt. So Alexander, erstmal vielen Dank. Alexander hat auch über 35 Euro bestellt. Da sind wir versandkostenfrei. Und die Großpackung Papi, die ist natürlich die Alternative gerade zu den normalen Zahnputzflocken. Und wenn ihr etwas gegen Zahnsteine tun möchtet, dann sind die Zahnputzflocken einfach auch das beste Produkt. Nehmen der Zahnputzkohle, mit denen ihr auch letzten Endes starten solltet. So Alexander, also erstmal vielen, vielen Dank. So, der Rest legt sich nachher mit dazu. Und dann starten wir schon mit der nächsten Bestellung. Da haben wir jetzt nämlich neunmal die Zahnputzflocken Papi. Wahnsinn. Also hier wirklich entweder mehrere Hunde, man will sich einen Vorrat anlegen oder auch was gegen Zahnsteine tun. Man sieht die ersten Erfolge schon nach sechs Wochen in meistens. Aber es kann natürlich auch sein, wenn der Zahnstein mineralisiert ist, dass es bis zu sechs Monate dauern kann. Aber wichtig ist, dass die Bakterien im Griff sind und dass diese sich nicht mehr vermehren. Und das merkt man meistens schon daran, dass der Mundgeruch letzten Endes zurückgeht. Und ja, wenn ihr dann auch seht, die Entzündung geht zurück und die Schichten fangen sich an zu lösen, dann natürlich weiter am Ball bleiben. Und wichtig ist, dass die Bakterien halt keine weiteren Krankmacher sein können. Sei es, dass sie eine Entzündung verursachen oder auch in den Körper gelangen. Und hier Krankheiten wie zum Beispiel auch Diabetes oder Nierenerkrankungen verursachen. Also deswegen wichtig, etwas gegen die Ursache tun. Und das könnt ihr ganz einfach und gespannt mit Kuhchefs. So, deswegen packen wir jetzt, das ist die Daniela. Also Daniela, vielen Dank für deine Bestellung. Die ist natürlich jetzt auch ein bisschen größer. Und wir packen jetzt neunmal die Zahnputzflocken. Großpackung Papi. Und das Tolle daran ist, ich hoffe, man sieht mich jetzt noch, das ist nur Papier. Das heißt also, das ist eine ganz neue Technologie. Ich weiß, ganz viele fragen uns danach. Wir haben ja auch extra jetzt noch eine neue Maschine bekommen. Es ist nur Papier. Das heißt also, es ist keine Beschichtung. Es sind keine Schadstoffe drin. Wir sind einer der Ersten auf dem Markt, die das umgesetzt haben. Und wirklich hier auch richtig investiert haben. Und auch viel Forschung und Entwicklung über Jahre hinweg jetzt betrieben haben. Und konnten jetzt die Zahnputzflocken als erstes Produkt halt umsetzen. Und natürlich soll unsere neue Strategie auch im neuen Jahr dahin gehen, dass wir noch viel, viel mehr Papierverpackungen anbieten. Aber um das auch nochmal herauszustellen, es ist wirklich was ganz Besonderes, dass wir diese Großpackung anbieten können. Und dass auch ganz viel Fleiß und Arbeit und natürlich auch Investment dahinter steckt. Und dafür steht da aber unser Familienbetrieb, dass wir innovativ sind, dass wir nachhaltig sind und hier auch immer Vorreiter sein wollen. Wir möchten keine alten Technologien und Prozesse, sondern wir möchten das innovativste Produkt und auch die innovativsten Technologien und euch auch das Beste natürlich anbieten zu können. So, jetzt darf ich mich nicht verziehen. Meine Mitarbeiter müssen mich am Montag nochmal wirklich gut kontrollieren. Also das sind vier und wir brauchen jetzt nochmal fünf. Aber das bedeutet ja auch, dass man sich gut bevorraten kann. Ja, also es ist über zwei Jahre haltbar. Es ist wie Trockennudeln, die werden nicht schlecht. Also deswegen könnt ihr auch gerne mal auch so eine Aktion, wie wir es heute haben, jederzeit nutzen. Ihr könnt euch einen Vorrat anlegen, nehmt die Rabatte mit, ist doch super. Und wie gesagt, zum Newsletter anmelden und ihr wisst dann ganz genau, wann es so eine Box gibt. Und ich denke, dass die auch oft passt. Und deswegen auch gerne auch einen Vorrat anlegen, überhaupt kein Problem. Ich bin auch so ein Shopper. Wenn ich Futter einkaufe, dann ist das meistens über dann schon ein Jahresvorrat. Also genau. Und damit ich mich halt auch nicht so oft damit beschäftigen muss. Und ich habe es dann halt auch die ganze Zeit. Natürlich sitze ich mit Kuschers auch total an der Quelle. Aber natürlich andere Futtersorten, die kaufe ich dann halt schon gerne ein. So, das heißt, wir haben neunmal die Papis. Und sie bekommt natürlich jetzt auch ein besonderes Geschenk. Da muss man schauen, ob die Kollegen das jetzt schon vorbereitet haben. Aber ich sehe es noch nicht. Weil eigentlich gibt es jetzt diese roten Socken mit dazu. Red Socks for Dogs. Das ist ja unsere Tierheim-Spendenaktion. Und ich möchte euch bitten, dass ihr doch eure Tierheime vorschlägt, an die gespendet werden sollen. Und dann könnt ihr natürlich auch diese Aktion sehr gerne mit unterstützen. Und dann ein Foto von eurem Hund und der roten Socke auf den sozialen Medien unter Hashtag Red Socks for Dogs teilen. So, Daniela. Also du bekommst natürlich jetzt noch für diese große Bestellung extra Goodies mit dazu. So. Und wir haben dann die nächste. Das ist die Christine. Und die hat... Ah, ich sehe... Ja. Hier. Ich sag was und ich krieg gleich hier eine ganze Packung eingereitet. Also unsere Selbstsocks for Dogs-Aktion. Und die gibt es jetzt ab 80 Euro Bestellwert bekommt ihr die mit den Paketen mit dazu. Und die könnt ihr natürlich dann auch kaufen als Geschenk für euren besten Hundefreund. Und ihr findet sie auch am Adventskalender. Also und natürlich auch bei unseren Händlern. Also sehr, sehr gerne die Aktion unterstützen. Und es ist eine super Belohnung zum Knuspern. Und die Puffcracker sind mit dabei. Also ich freue mich, wenn ihr die Tierheime natürlich vorschlagt. Bitte aber jetzt nicht im Livestream, sondern im PM oder unter den Beiträgen. Damit wir es halt natürlich auch gut sammeln können. Und nicht immer sehe ich dann jetzt alle Kommentare dann im Anschluss. So. Aber Ihre Fragen könnt ihr jederzeit stellen. Also her damit. Und dann machen wir weiter mit der Christine. Die Christine hat... Oh, das ist ein schöner Vergleich. Nämlich Zahnputzflocken und Zahnputzkohle bestellt. Und den Unterschied, den verrate ich euch jetzt. Ich mache nur einmal die Kiste weiter. Genau. Kannst du uns gleich nochmal erklären, ob es das, was es für die Katze gibt oder für den Hund, ob man das gleiche auch für die Katze kaufen kann? Genau. Genau. Also ich nehme jetzt mal die Bestellung von der Daniela als... Nee, von der Christine als Beispiel. Weil die Zahnputzflocken und die Zahnputzkohle, die gibt es für Hund und für Katze. So. Und sie hat es jetzt zwar für den Hund bestellt. Da gibt es nämlich noch die Großpackung. Und die Zahnputzflocken, das sind ja unsere Bestseller. Egal ob Hund oder Katze. Die sind für beide. Und es gibt halt hier einen kleinen Unterschied. Bei dem Hund sind sie mit Buchweizen. Bei der Katze sind sie mit Reis. Ansonsten ist immer Hüttenkäse ja unser Wirkstoff. Durch natürlich antibakterielle Peptide reduzieren wir die Bakterien im Mund. Also wirken direkt gegen die Ursache. Und das kommt also zu einer gesunden Mundflora. Und die Bakterien sind ja die Krankmacher nicht nur im Mund, sondern halt auch für den ganzen Körper. Und Rapsöl und Kokosöl. Das sind auch die Zutaten, die wir enthalten haben. Und wie gesagt, Zahnputzflocken für Hund und Katze unterscheiden sich jetzt, dass es einmal hier mit Buchweizen ist. Und ich suche einmal für die Katze. Moment. Und die ist halt mit Reis. Deswegen seht ihr hier diesen Unterschied auch in den Farben. So, das liegt einmal in dem Proteingehalt, das wir uns einmal für Reis entschieden haben, weil dort ein sehr hoher Proteingehalt letzten Endes ist. So, und am besten mischt ihr natürlich die Zahnputzflocken mit Bio-Kokosöl, auch bei der Katze, wenn sie es nimmt, weil es ist einfach am intensivsten und unterstützt nochmal unsere antibakterielle Wirkung. Und deswegen ist es auch das, was wir erstmal vorrangig empfehlen. Aber wir können die Zahnputzflocken auch mit der Lieblingsleckerei mischen, Joghurt, bei der Katze mit einer Snackpaste, beim Hund geht es oft auch je nach Hundegröße, Puh in den Napf. Und wenn zum Futter, probiert es mal aus, dass ihr es auf dem Napfboden tut und dann das Futter erst oben drauf, dass es zum Schluss geschleckt wird, weil das ist einfach am intensivsten, gerade wenn man jetzt so einen Schlinger zu Hause hat. Also ich habe zwei Schlinger, Hund und Katze. Die nennen sie nicht die. Da ist es natürlich am besten, wenn es sich dann noch verteilen kann. Und je besser es sich verteilt, desto besser kann es einfach wirken, weil es ja auch direkt im Mund wirkt, gegen die Bakterien und somit auch direkt gegen die Ursache. So, das ist jetzt einmal, das sind die Zahnputzflocken. Die sind aktuell noch unsere absoluten Bestseller. Und dann gibt es jetzt die Zahnputzkohle. Die gibt es auch für Hund und Katze. Da muss ich jetzt einmal schauen, dass ich euch die für die Katze zeige. Und die Zahnputzkohle ist jetzt die Weiterentwicklung. Und viele fragen mich immer, muss ich das jetzt mischen mit den Zahnputzflocken? Nein. Also wir haben als Basis Pflanzen Kohle genommen und die Poren sind gefüllt mit Zahnputzflocken. So, und das heißt also, hier sind ja schon die Zahnputzflocken enthalten. Und das heißt aber auch, die Poren sind erstmal gefüllt. Das heißt, die binden an nichts Gesundem, auch keine Vitamine. Und das bedeutet auch, ihr könnt sie dauerhaft füttern, ohne Nebenwirkungen. Und erst wenn alles verdaut ist, sind die Poren wieder frei und binden jetzt nur an dem Schlechten. Das heißt, Wurmkoreste ausgeleitet, Antibiotika-Reste, es entsäuert. Und ganz wichtig, für Hund und Katze, Nierentoxine sind schon bei der Entstehung gebunden. So, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Das heißt also, wir haben jetzt einmal die Hunde-Zahnputzkohle und die Zahnputzkohle für die Katze. Und auf den ersten Blick scheinen die Inhaltsstoffe gleich zu sein. Aber bei der Katze haben wir es extra fein für die feine Katzenzunge, weil die Katzen ja schon auch nach Gefühl im Mund gehen. Und beim Hund sind die Brückchen einfach gröber. Und das ist der Unterschied. So, und wenn ihr jetzt eine etwas schon auch milkelige Katze habt und sowas, dann empfiehlt es sich einfach auch zu der Zahnputzkohle für die Katze auch zu greifen. Und das ist der feine Unterschied, den man nur sieht, wenn man wirklich die Produkte direkt nebeneinander hält. Also, aber ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, die Stücke wirklich gröber sind beim Hund. So, und wirklich ein tolles Produkt, weil ihr einfach alles in Balance bringt. Und ganz wichtig, die Zähne sind hier auch noch geputzt. Also deswegen, klar, weil Zahnputzklocken ja drin sind. Und das heißt, ich habe den ganzen Körper in Balance und alles entlastet und wirklich auch mal das Schlechte raus, nicht nur das Gute rein. Und das ist das Besondere. Und das ist natürlich auch ohne Nebenwirkungen. Und ihr könnt es auch täglich füttern. Oder ihr könnt natürlich auch die Zahnputzkohle mit der Zahnputzkohle in der Hinsicht kombinieren, indem man es halt wechselt. Und wenn ihr jetzt feststellt, okay, das Tier hat Durchfall oder übergibt sich, dann bringe ich einfach wieder alles damit in Balance und passt es einfach an. Aber ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt alles täglich füttern und es so kombinieren, wie es halt für eure Samtquote oder Fellnase am besten passt. So, das heißt, also wir haben jetzt nämlich dreimal die Zahn... Warte mal noch eine kleine Sekunde, da kannst du das gleich noch mit anhängen. Wie oft sollte man zwischen Kohle und Zahnputzklocken wechseln? Also es gibt ja kein... Also ihr könnt es wirklich so machen, wie es für eure Fellnase am besten passt. Das heißt also, ihr könnt natürlich morgens und morgens die Zahnputzflocken geben, abends die Zahnputzkohle oder ihr bleibt auch bei einem Produkt, weil einfach die Zahnputzkohle jetzt eurer Fellnase am besten gut tut. Vielleicht hat sie auch dauerhaft immer schon Darmprobleme. Dann ist es natürlich ratsam, dass ihr dann auch bei der Zahnputzkohle bleibt. Wir haben jetzt einmal auf der Verpackung im täglichen Wechsel. Wenn ihr wirklich die Vorteile beider Produkte nutzen möchtet, dann könnt ihr das tun. Aber ihr passt es einfach so an, wie eurer Zahnputzfutter oder Fellnase es am besten tut. So und das ist überhaupt kein Problem und ihr könnt beide wirklich täglich füttern. Ich mache es selbst. Meine Katze bekommt sogar parallel. Ja, ich mache es um Futter, mache ich traditionell die Zahnputzflocken, dann wirklich auch ein bisschen Brühe dazu, dann das Nassfutter und dann kriegt sie noch eine Schleckmatte mit der Zahnputzkohle. So und das zeitgleich. Also so haben wir das jetzt für uns am besten rausgefunden. Und am Futter, da gibt es noch die Zahnputzflips oben drauf und bei unserem Hund genauso. Also ich kann wirklich, also man kann es ja auch nicht überfüttern, da es keine Nebenwirkungen hat und er bekommt dann einfach mal eine Schleckmatte mit den Zahnputzflocken und jetzt ist er ja auch ein bisschen älter, hat jetzt Probleme mit dem Darm und dann habe ich ihm einfach auch mehr von der Zahnputzkohle gegeben und sowas, weil es einfach ja notwendig war und so könnt ihr das halt je nachdem, wie es eurer Fellnase gut tut, auch am besten anpassen. Und wann soll ich es zweimal täglich machen? Immer wenn Zahnstein vorhanden ist, so, dann, und Zahnprobleme, dann solltet ihr zweimal am Tag geben und ich, aber auch wenn ihr das Gefühl habt, es tut euer Sampffutter gut, ich gebe es sogar mit jedem Futter, also dreimal am Tag und weil ich einfach weiß, ich kann es nicht überfüttern, ich tue mal eine Fellnase und Sampffutter, was gut ist damit. das hat ja auch noch viele Vitamine und Mineralien enthalten und deswegen gleiche ich ja auch noch den Nährstoffbedarf damit aus, gerade Vitamin B können Hunde und Katzen nicht speichern, das heißt, ich muss jeden Tag ja auch schauen, dass ich das ausgleiche und somit, ja, gebe ich eigentlich, wie ich es möchte, auch als Leckerli, so viel, wie ich möchte, ja. Aber mindestens ist ein halber Teelöffel bei der Katze am Tag und beim Hund muss man es der Hundegröße anpassen, das sind ein 1 bis 3 Teelöffel und das sollte mindestens täglich sein, wie wir ja auch täglich die Zähne putzen. Genau. Und wenn ich jetzt die Zahnputzkohle täglich gebe, dann kann ich ja auch etwas für die Nieren tun. Genau, die Nieren, die sind dauerhaft entlastet, ganz wichtig und ihr könnt das am besten auch, wenn jetzt ja auch schon ein Befund auffällig war, sei es Leber- und Nierenwerte, könnt ihr es ja über die Blutwerte kontrollieren, die werdet ihr ja dann regelmäßig machen und ansonsten kann man natürlich vorbeugen, weil man stellt oft Nierenprobleme im Endstadium erst fest und wenn ich ja weiß, ich fütter ja auch proteinreich, wie man das ja häufig auch vor allen Dingen bei der Katze ja tut, dann weiß ich, dass ich ja auch dauerhaft vorbeugen kann und die Nierentoxine schon bei der Entstehung gebunden werden und damit auch ja Leber und Nieren halt dauerhaft entlastet sind. Jetzt haben wir nochmal die Frage, Unterschied zwischen Zahnputzkohle von Hund und Katze. Ja. Kannst du nochmal kurz drauf reingehen? Also auf den ersten Blick sind beide gleich, weil die Inhaltsstoff gleich sind, aber beim Hund ist einfach, ist es gröber, ihr habt da auch kleine Stücke von, Entschuldigung, so. Ja, beim Hund ist es gröber, ihr habt dort wirklich auch kleine Stücke von der Kohle drin, das kann für eine Katzenzunge zu grob sein, die sind ja ein bisschen empfindlicher, die ist ja auch kleiner und deswegen ist es hier wirklich ultrafein für die Katzenzunge, somit unbemerkt und das ist der kleine, aber doch große Unterschied von den zwei Produkten. So. Genau. Und das heißt also, wir haben jetzt nochmal, jetzt machen wir weiter mit der Bestellung von der Christine, ähm, genau, dreimal die Zahnputzkohle, also hier ist sogar, ähm, die Zahnputzkohle in vorne mit dabei und die Zahnputz, äh, Flocken, äh, Partypackung, die auch dreimal. Genau. Und wir sind auch über 35 Euro, also da sind wir versandkostenfrei, und, äh, heute bekommt ihr aber ab 35 Euro entweder die Käsekreinerwurst oder für die Katzenbesitzer, die bekommen, äh, dann die Bettmaus, äh, die natürlich auch super ist, da sind die Zahnputzflocken drin und die Minis und die Zahnputzflips, also, äh, für jeden was dabei. Das heißt also, wir haben jetzt hier die Bestellung von der Christine einmal fertig. So, und es gibt auch immer Geschenke, egal, äh, auch für wie viel ihr bestellt, ihr bekommt auf jeden Fall immer noch was dazu, was ihr testen könnt. So, und das heißt also, wir sind jetzt bei der Christine, und die hat, äh, die Dreierlei, also was zum Naschen und auch wieder die Papi-Packung. Also ihr seht, die Papi-Packung ist mittlerweile zumindestens bei uns im Shop der absolute Hit. Äh, die hat sie dreimal. Also für, um das auch mal zu vergleichen, also so eine, ähm, Zahnputzflocken-Packung bei der Katze reicht wirklich zwei Monate, ne, weil ihr nur einen halben Teelöffel braucht. Ist ja, denn ihr gibt es halt zweimal am Tag, aber jetzt so als tägliche Zahnpflege zum Vorbeugen, äh, reicht es zwei Monate. Für einen kleinen Hund halt reicht die Zahnputzflockenbox, äh, Zahnputzflocken schafft er einen Monat, so, und, äh, die Papi-Packung wären ja dann für einen kleinen Hund schon sechs Wochen, oder dann halt, äh, die Monatsration, äh, für einen etwas größeren Hund, so, und, äh, somit ist es wirklich auch eine super günstige Zahnpflege für das, was ihr ja auch leistet und welchen Benefit ihr dahinter bekommt, dass man etwas gegen die Ursache tut, dass ihr nur Natur habt, noch den Nährstoffhaushalt ausgleich, wenig Kilokalorien habt, also es ist wirklich ein absolut gutes Preis-Leistungsverhältnis und es ist so einfach und stressfrei, äh, und, ähm, ja, wenn ihr Zähne putzt, ist es immer Stress, äh, und, äh, hier habt ihr wirklich was Effektives, äh, gegen die Ursache und nur Natur und deswegen ist es auch wirklich, äh, die beste Leckerli-Alternative, weil es einfach nur gesund ist, so. Ja. Warte, kann man das auch ins Futter mischen? Also, ich sehe es ganz oft als Futter-Topping, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, hat man jetzt einen Schlingerhund, äh, oder eine Schlingerkatze, dann ist es ja noch Habs und Beck. Die Verteilung ist wirklich wichtig, je besser es sich verteilt ist, desto besser kann es wirken, so. Und deswegen ist es halt hier ganz wichtig, dass man, ähm, auch mal ausprobiert, wenn zum Futter zuerst auf den Napfboden, dann das Futter oben drauf, dass es zum Schluss geschleckt wird, so. Das funktioniert natürlich bei den Hunden schon mal richtig gut, wenn ich eine Katze habe, die natürlich, ich sag mal, dann immer was übrig lässt, also entweder lässt man stehen und sie schlägt das dann danach noch auf, oder man mischt es dann halt hier unter, wenn man sich sicher ist, dass die Katze natürlich das dann nicht schlingt, also da gibt es ja auch Schlinge, so, oder ihr gibt es halt dann von den Schleckmatten, äh, da haben wir ja ganz verschiedene Varianten und das ist auch das, was am intensivsten ist, also gerade, wenn ihr jetzt was gegen Zahnstein machen möchtet, äh, dann ist eigentlich schon von der Schleckmatte das Beste, was ihr tun könnt, äh, da gibt es ja ganz viele für den Hund, hier ist jetzt zum Beispiel der Barney in der Kombi oder für die Katze richtig beliebt ist, ähm, oder, das ist so gerade die Kitty, ich hoffe, man sieht sie, ah ne, die ist jetzt im Bundle, aber da ist so eine kleine Trinkhule drin und, äh, die Katze schlägt sich das raus, also man sieht sie jetzt leider, leider nicht, aber, ähm, genau, deswegen, aber die ist wirklich richtig super, weil man dafür sorgen kann, dass die Katze nochmal zusätzlich trinkt und, hier, man sieht es halt leider auch nicht, wir haben halt schon alles hier in den Lager gewandelt, aber wenn ihr auf unserer Homepage schaut, äh, dann seht ihr die auf jeden Fall, so, und, äh, genau, das heißt, also wir haben jetzt von, äh, Christine einmal, dreimal die, äh, Zahnputzflocken Party und die Dreierlei, so, das heißt, also die Zahnputzflocken und die Zahnputzkohle sind eigentlich die Produkte, mit denen ihr starten solltet, wenn Zahnerkrankungen vorhanden sind und dann könnt ihr natürlich auch super mit den Leckerlis vorbeugen, damit die Zähne sauber bleiben und die Fellnase wartet abends schon, um, äh, den Besitzer dran zu erinnern, hier, Frauchen, du darfst jetzt nicht vergessen, mir noch die Zähne zu putzen, also wenn eure Fellnase euch komisch anschaut, dann könnte es sein, dass ihr Kuhschäß vergessen habt, ja, so. Genau, also was soll ich jetzt machen beim Vorbeugen? Ja. Äh, nehme ich da eher die Flocken oder die Sissels? Also beim Vorbeugen könnt ihr mit den Leckerlis arbeiten. Genau, also wenn wirklich noch nichts vorhanden ist, dann reichen auch die Leckerlis vollkommen aus. Ihr müsst es aber der Hundegröße anpassen, das heißt, es sind eins bis drei Leckerlis und einfach auch wirklich nochmal schauen, die Verteilung ist das Wichtigste. Wenn ich natürlich einen Hund habe, der macht Haps und weg, dann ist es einfach nicht das richtige Produkt, dann würde ich halt zu den Zahnputzflocken als tägliche Zahnpflege greifen. Davon müsst ihr es auch noch ein bisschen abhängig machen. So, wenn ihr jetzt aber wisst, oh, ich habe aber schon einen, der genüsslich gerne alles kaut, ja, und das verteilt sich gut im Mund, dann könnt ihr auf jeden Fall mit den Leckerlis arbeiten. Und wenn man sieht, dass sich was bildet, kann man ja dagegen machen. Genau, also wenn dann doch sich was bildet, weiß ich, man nicht gut verteilt hat oder oft kann ja sein, auch, dass der Körper, man nennt es in eine Disbiose kommt, also in eine Unbalance und Inbalance und das liegt halt dann daran, dass vielleicht auch das Immunsystem mal geschwächt ist, dann kann man natürlich noch mal nacharbeiten, auf jeden Fall mit Zahnputzflocken und Zahnputzkohle, ja. Und wenn es gerade so die, an der Grenze ist, unsere Empfehlung, also 5 Kilo empfehlen wir ja 1, bis 5 Kilo empfehlen wir ja 1, aber er darf natürlich auch 2 haben. Ja, genau, also Sie können es nicht überfüttern, es hat keine Nebenwirkungen und es ist ja, Sie tun ja auch was Gutes, füttern, wenig Kilokalorien, die Nährstoffe werden ja auch noch ergänzt, also wir haben viel Vitamin B drin, Magnesium, Zink, Eisen, alles, Calcium ganz wichtig, auch für die Zähne, auch Vitamin B und deswegen ist es Genuss und Reue, Sie können so viel füttern, wie Sie möchten. Ich würde vielleicht empfehlen, wenn Sie sich jetzt unsicher sind, starten Sie doch mal ein bisschen mehr, weil Bakterien werden auf jeden Fall vorhanden sein und deswegen starten Sie mit 2 Leckerlis am Tag und wenn Sie jetzt merken, okay, alles ist in Ordnung und das passt für meine Fellnase, dann können Sie ja auch mal probieren, dann mit einem Leckerli am Tag, wie Sie damit zurechtkommen. Man muss dazu ja auch sagen, dass jedes Tier eine individuelle Mundflora hat, also das ist wirklich nochmal ganz anders als bei uns Menschen, da gibt es ja auch einen Bakterienstamm bei uns Menschen, der macht die Karies, also aber bei uns von Tieren ist das so individuell, wie die Nase von unseren Hunden und von Katzen, also deswegen muss man da auch ein bisschen immer das auch dem Tier anpassen, aber Sie können ja mit 2 Mal am Tag starten, damit wirklich nochmal alles in Balance kommt, weil Sie haben es ja noch nicht gegeben und dann probieren Sie, wie Sie mit 1 Mal am Tag mit einem Leckerli zurechtkommen, genau. Genau und wir haben ein Feedback aus der Tierarztpraxis sogar und da wird auch bestätigt, dass die Kuhchefs sehr beliebt sind. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist ja auch nochmal das Besondere. Also ganz, ganz wichtig sowieso. Vielen Dank, die Tierarztpraxis ist da. Wir möchten nochmal betonen, dass Dentalröntgen unbedingt wichtig ist. Also deswegen, man sieht so vieles auch nicht, weil ja vieles auch vom Zahnfleisch verdeckt ist. 80% liegt wirklich unterm Zahnfleisch, deswegen Dentalröntgen immer total wichtig. Wir haben halt den Ansatz, dass wir beim Mundgeruch, Zahnsteine und Entzündungen helfen können. Eine Paralentitis könnte man zumindest noch mal stoppen und dass man überhaupt grundsätzlich die Bakterien im Griff hat, weil ich glaube, die Tierarztpraxis kann es bestätigen. Sie sind halt Krankmacher, auch verursachen Diabetes und auch Organe können geschädigt werden, also dass man etwas gegen die Ursache tut. Aber ganz wichtig, denn Tearöntgen muss immer sein, wenn der Verdacht auch da ist, dass halt irgendwas unter dem Zahnfleisch liegt und das ist ganz wichtig. Tierarztpraxen setzen uns halt auch in der Behandlung ein. Da könnt ihr auch gerne mal nachschauen. Wir haben ja eine Liste auf unserer Homepage und es ist halt so, wenn man natürlich auch ein Narkoserisiko hat, was zu hoch ist, wo man vielleicht auch etwas, also gegen nur Zahnsteine und Entzündungen tun möchte, die sind reversibel, diese Zangerkrankungen. Und hier könnt ihr halt wirklich Kuschels einsetzen und natürlich auch vorbeugen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und regelmäßig sowieso immer in den Mund schauen. Am besten mehrfach die Woche, das vernachlässigen so viele und Zahnstein kann sich innerhalb von 48 Stunden schon bilden und die Entzündung auch und deswegen immer regelmäßig in den Mund schauen und kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und der Fehler, den ja viele machen, ist, dass diese Erwartungshaltung dann da ist. Ich schaue jetzt in den Mund. Erstmal Stress fürs Tier. Also am besten ist es natürlich, wenn man das schon mal trainiert, wenn man kuschelt, auch bei der Katze, dann kann man immer super schon mal auch die Leszen hochziehen oder wenn sie gerade gehen, da reinschauen, ob alles in Ordnung ist und dann ist es auch entspannt. Und wenn ihr das ja regelmäßig tut, dann seht ihr ja auch ziemlich schnell, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt. Aber das heißt natürlich auch, die können sehr, sehr schnell passieren und deswegen bleibt es nicht aus, egal was ihr für die Zahngesundheit tut, dass ihr das natürlich auch regelmäßig checkt und natürlich auch vom Tierarzt abchecken lasst. So, ganz wichtig. So, okay. Dann haben wir einmal die nächste Bestellung. Ah, ich muss noch Christine. Also nochmal vielen Dank dafür. Sie ist auch über die 35 Euro. So, und dann müssen wir jetzt noch einmal. Ich werde bestimmt genau beobachtet nachher, wie ich das hier alles so gemeistert habe von meinen Leuten. Ich kriege immer den Tipp, ah, da war das Produkt ganz weit hinten weichern und jetzt dann auch nicht mehr jeden Tag gestehe. Aber früher haben wir die Pakete auch, habe ich die auch sehr viel gepackt. Also deswegen, ähm, genau. So, deswegen. Als nächstes haben wir das Darm-Tetalband, den Body richtig super. Auch alles richtig gemacht, vor allen Dingen, weil natürlich mit der Schleckmatte sich, äh, die Zahnputzkohle in dem Fall am besten im Mund verteilt. Der Body ist richtig toll. Also hier ist halt noch Beschäftigung. Die Zunge wird zusätzlich von den Bakterien befreit. Und mit der Zahnputzkohle hat, äh, dann Vera auch alles richtig gemacht, weil es ist das beste Produkt zum Starten, auch die beste Kombi. Und, ähm, wenn man was gegen die Zahnsteine tun möchte und, äh, natürlich hat man dann auch den ganzen Körper im Balance. So, jetzt muss ich nur schauen. Ich habe ja gerade, hier ist es ja gleich griffbereit. So, das ist das Darm-Dentalband, die, äh, Banded Body. Das gibt es natürlich auch mit den Zahnputzkohle. Aber bei der Zahnputzkohle hat ihr den Vorteil, dass nicht nur die Zähne sauber sind, sondern der ganze Körper im Balance und, äh, deswegen auch eine, eine schöne Wahl. Und deswegen, das war jetzt das Produkt. Sie möchte wahrscheinlich hier auch dann erstmal starten und das ausprobieren. So, und dann haben wir so. Und dann gibt es natürlich auch wieder Geschenke mit dazu. So, und dann bekommen wir als nächstes von der Darkmark, haben wir die nächsten und zwar Sizzles und wir haben die Brustpackung Papis. Also, die Sizzles sind ja sowieso so ein tolles Produkt, mit dem man starten kann, weil einfach, ähm, es für jede Hunde Größe gut geeignet ist. Deswegen heute auch in der Aktionsbox. Das sind dünne Kauschlangen. Das heißt, ich kann sie super portionieren. Wenn ich auch einen kleinen Hund habe, einen Chihuahua zum Beispiel, also ich kenne ja, äh, sogar die Kunden, die mit einem Bolzenschneider dann da stehen, um ihre Leckerlis klein zu machen. Das braucht ihr also bei den Sizzles nicht. Das ist ein Fingerknick und dann habt ihr alles, äh, super portioniert. So, jetzt hat sie hier fünf Stück. Das ist halt sehr, sehr schade, Darkmark. Ach, dann hast du die Aktion leider verpasst, aber ich packe dir noch was Schönes mit dazu. Und, ähm, deswegen, wenn ihr was über unsere Aktionen wissen wollt, auch im Vorfeld, dann meldet euch auf jeden Fall, äh, zum Newsletter an. So, und sie hat die Zahnputzflocken-Papi-Packung, vier Stück davon bestellt. So, die hole ich mal schnell noch. Und ich lege dir auf jeden Fall die Weltsocks mit dazu. So, dann, muss ich jetzt noch, und wir kommen dann zum nächsten, dann haben wir nämlich auch nochmal viermal die Papi-Verpackung, also ihr seht, die ist richtig heiß begehrt, aber wenn ihr natürlich die auch, die könnt ihr super verstauen. Also, wir haben ja auch Verpackung, die nachhaltig ist. Das heißt, die Grundverpackung, die ist 100% recycelbar. Das heißt, ihr könnt die einfach verstauen in der Tupperware, in der Keksdose. Und, äh, schaut doch mal, deswegen stehen hier diese super süßen Glückskisten, weil wir ja auch Keksdosen haben, in denen ihr die ganzen auch aufbewahren könnt. Und, äh, die sind auch mit Zähnchen und der Zahnfee. Also, wenn ihr noch ein Geschenk zu Weihnachten sucht, dann, äh, werdet ihr bei Kuschess auch für jedes Budget letzten Endes fündig. Wir haben wirklich ab 10 Euro, ne, eigentlich stimmt das nicht. Wir haben ja noch die Red Sox. Ab 3 Euro findet man bei uns ein Weihnachtsgeschenk. Also, mit Betttupfe, die kommen jetzt auch wieder neu. Und dann, äh, steigert sich das, bis für jedes Budget ist wirklich da das Passende dabei. Deswegen, und man hat gleich noch die Zähne geputzt. Äh, schöner kann's ja, äh, gar nicht sein. So, okay, das heißt, also, wir haben jetzt einmal von Dagmar das Geschenk. Und dann haben wir noch viermal die Zahnputzschlockengroßpackung Papi für die Anke. Namensvetterin, ja. Sehr schöner Name. Jetzt, jetzt bringe ich den Witz, den ich mir ein Jahr, also mein Leben lang schon anhören durfte. Danke, Anke. Jetzt darf ich Ihnen endlich mal selber sagen. Wenn ich einen Euro für diesen Spruch bekommen hätte, ich, ach Gott, ja, dann würde ich vielleicht, nein, ich würde trotzdem guter es machen. Aber vielen, vielen Dank. Anke, sehr, sehr lieb von dir für deine Bestellung. Dankeschön. So, okay. So. So, jetzt muss ich den auch endlich mal sagen. So, richtig toll. Ja. So. Sehr gut. Und dann haben wir jetzt einmal noch, äh, den Adventskalender Hund. Und den gibt's auch für die Katze. So. Und der Adventskalender, da kriege ich jetzt, wirklich jetzt so viele Fragen. Ja, den gibt's auch dieses Jahr. Und der ist richtig besonders. So. Also für den Hund gibt's den ja schon seit 2018. Also es gibt wirklich die Leute, die sagen, es ist der beste Adventskalender. Einfach auch, nicht nur beides. Frauchen natürlich Spaß hat. Sie kann ihn sich dekorieren, wie sie möchte. Er ist nachhaltig. Das sind also so die Vorteile. Aber die Fellnase, die kann sein Türchen auch selbst aufmachen, weil es ist nur Papier. Und ihr legt das Türchen hin und mit den Fötchen wird dann, ähm, ja, das Türchen aufgemacht. Und natürlich, das beste Argument, die Zähne sind damit natürlich auch gleich noch geputzt. Und es ist auch für die, die sonst nichts dürfen. Bei den vielen Adventskalendern ist ja oft Fleisch lecker, wie ist drin. Also es ist, es ist kein Fleisch enthalten. Es, ihr habt Getreide oder Gluten frei, je nach Sorte. Und, äh, es ist auch noch voller Vitamine und, äh, wenig Kilokalorien. Und deswegen habt ihr so viele Benefits bei diesem Adventskalender. Das ist wirklich ganz besonders. Und bei dem Hund habt ihr natürlich auch wieder die Red Socks for Dogs Aktion mit dabei. Das heißt, wir spenden mit dem Adventskalender auch noch was an das Tierheim, was ihr vorgeschlagen habt. Also, äh, das heißt, also es ist Teufelsbrauchen, die hat Spaß, der Hund hat Spaß, Zähne sind noch geputzt und wir tun auch noch damit etwas Gutes. Also, äh, ein richtig toller Adventskalender und er ist plastikfrei, nur Natur und, äh, ja, richtig toll geeignet. Und den gibt es natürlich auch dieses Jahr für die Katze. Für die Katze gibt es, äh, natürlich dann auch das komplette Sortiment und, äh, ihr könnt euch da durchtesten und es gibt noch eine richtig tolle Schleckschüssel mit dazu. Also, das heißt, ihr könnt da auch die Lieblingsbäckereien mit dazu mischen und, ähm, dann halt das als Schlusshäppchen geben und, äh, das ist also wirklich, ähm, der Adventskalender mit richtig viel Benefits für jeden eigentlich. Und ihr könnt euch alle durchs Sortiment testen. Deswegen, er kommt in dieser Schacht, er sieht erstmal unscheinbar aus, aber wenn ihr ihn aufgehängt habt, ist der so toll und ich bin schon gespannt auf all die Bilder, die ihr mir schicken werdet, ähm, damit ich ihn, äh, ja, sehe, was ihr euch habt einfallen lassen. Es ist jedes Jahr nochmal schön und, äh, deswegen, äh, ihr könnt ihn natürlich auch in eine Schale tun, also es gibt so viele Varianten und, ähm, es hat, äh, so viele, äh, tolle Vorteile. Also den Adventskalender, äh, den hat die Christina mitbestellt. So, mit ein paar anderen Sachen. So, wir haben jetzt noch die Dreierleit zweimal. So. Und die Pappsticks. Die kann ich ja auch gerne mal zeigen. So. Genau. Ah, ich glaube, die hat zwei. Ah. Du musst keinen Fehler machen. So. Genau. So, die Pappsticks, das sind ja auch unsere, äh, die gibt es einmal natürlich als Snack-Variante und als, äh, Stick-Variante. Die sind gepufft. Und das ist mit Johannesbrot, ja. Und Johannesbrot reguliert ja auch nochmal die Verdauung. Sie sind fruchtig und richtig toll. Also auch die Snackies sind ein wirklich toller Abend-Snack. Vor allen Dingen, die, die ja schon tendenziell dazu neigen, dass es vielleicht auch mit der Verdauung ein paar Probleme gibt. Und, äh, deswegen, äh, ist das wirklich auch ein richtig tolles Produkt. Und es ist auch ein bisschen fruchtiger. Also, äh, wirklich richtig schön. Ähm, also sie hat jetzt die Kast-Sticks. Oh, die Snackies hat, warm. Die Snackies hat sie auch gleich bestellt. Die hätte ich natürlich gleich mit dazu nehmen können. So. Also. Wenn ihr Snackies kaufen wollt, oder Snacks, äh, dann, äh, sind die natürlich super geeignet, weil, hatte ich ja schon gesagt, grundsätzlich haben unsere Snacks, ja, wenig Kilokalorien, es ist nur Natur, viele Nährstoffe und die Zähne sind auch gleich noch geputzt. Also, ich sag immer so, ich bin ja sowieso einer, wenn ich so die Tiere so anschauen, ach, da den Augen manchmal zu widerstehen, aber mit Kuschers muss ich mir einfach keine Sorgen machen. Ich kann nichts verkehrt machen und deswegen ist es auch wirklich was Tolles, weil ich auch weiß, ich tue ihnen einfach nur, äh, was Gutes. So, und dann, äh, die Puffys noch. So, die muss ich jetzt noch versuchen. Die sind natürlich dann auch eine unserer Snack-Alternativen. Ich kann sie gerade nicht klicken hier vorne, seht ihr? Muss ich doch nochmal hier unten ein bisschen öfter stehen. Also, wenn meine Mitarbeiter das machen, die machen, psch, 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 aber die müssen natürlich auch nicht so viel erklären. So, dann, ähm, haben wir das. Vielen Dank, Christina. Natürlich auch hier eine etwas größere Bestellung, also gibt es natürlich dann auch nochmal extra Geschenke mit dazu. So. Was haben wir dann noch? So, dann machen wir noch die von der Katrin. Die Katrin hat auch einen Adventskalender bestellt und, ach so, sie hat anscheinend Hund und Katze. Das ist sehr schön, also eine Mischbestellung, so, weil wir nämlich einmal dann den Adventskalender für den Hund haben. So, den hatte ich ja gerade schon vorgestellt. So, und die Zahnputzplits, die sind die Snacks für die Katze und, äh, die sind natürlich super, weil die ist schön knuspern und ich kann euch nämlich noch was verraten, das wollte ich noch zum Adventskalender sagen. Die gibt es nämlich jetzt ganz neu im Adventskalender als Produkt. Also, da könnt ihr schon mal für den Hund die testen und für die Katze gibt es ja die schon länger und die sind richtig toll, weil sie so knusprig leicht sind und einfach wirklich ist es schön, wenn man hört, wie die Katze darauf rumknuspert und das ist ja auch das Besondere bei unseren Snacks, die sind nie habs und weg, sondern, äh, die Tiere müssen da auch gut drauf rumkauen und somit kann sich ja auch die Peptide gut im Mund verteilen und so gegen die Bakterien wirken. So, und da haben wir jetzt, äh, zweimal die Zahnputzflits. Und das Besondere bei Couches ist ja auch, dass wir geschmacksneutral sind. Das heißt also, äh, die Katze vor allen Dingen, die geht ja nach Geruch. Und das heißt, ihr könnt ja auch dem Produkt jeglichen Geruch geben, egal was eure Katze gerne mag. So, und bei uns ist ja auch traditionisch, ich stecke die zum Beispiel dann auch ins Futter rein und meine Katze knuspert die als allererstes. So, mein Mann ist dann schon immer so, oh, ja, sie liebt doch ihre Flips. erst jedes Mal begeistert, weil sie dann knuspert. Und weh, ich mach's mal nicht. Krieg Ärger. Hast du keine Flips reingemacht? So. Also, es sind sogar die Männer achten drauf, ne? Ist nicht nur ein Frauenling. So, und dann einmal die Großpackung Papi. So, okay, gut. So, super. Vielen Dank, äh, Katrin, für deine Bestellung. So. Und, okay, die muss ich jetzt noch machen. Ach, die ist super. Die ist so toll. Äh, die Anja, die hat nämlich einmal die Pachtsticks, die habe ich ja gerade schon vorgestellt, und sie hat eine Geburtstagsbox für den Hund bestellt. Anja, super, Dankeschön. Viel wissen gar nicht, dass wir diese Geburtstagsbox noch haben. und die ist einfach so genial. Und natürlich, ey, ganz ehrlich, wir haben doch alle immer Geburtstagsgeschenke für unsere Tiere, oder? Also, deswegen, und natürlich mit Kuschels putzt ihr auch noch die Zähne. Ähm, ganz kurz, also, wir machen einmal die Pachtsticks zuerst, das heißt also hier etwas, äh, zum, äh, Kaulen. Anja, ich hoffe, dein Hund schaut jetzt nicht dieses Like, und das, wenn ich die Geburtstagsüberraschung versaut. Aber, pssst, wir werden es ihm nicht verraten. Bitte, zeige ihm ab jetzt nicht mehr dieses Video. Also, die Geburtstagsboxen. Sie sind so schön. Wir haben die ja so viele Jahre, und da findet ihr eine Auswahl von dem Sort hier. im Moment, und wenn ihr die aufmacht, das ist eine richtig tolle Verpackung, äh, ja, ich muss es jetzt einmal mal zeigen. Halt, darf ich nicht. Mein Mann sagt nein. Was sagt ihr? Soll ich sie aufmachen? Schreibt mal, ganz schnell. Aufmachen oder nicht? Was sagt ihr? Aufmachen. Aufmachen. Genau, also, ihr seht, wie schön die ist. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. So, und da findet ihr natürlich, oh, ich setze runter, aber das macht nichts. Wir nehmen das gleich wieder auf. Also, ihr findet natürlich die Glücklichmacher, die Dreierlei dort drin, die Hatschis zum Knabbern, die Zahnputzflocken, und die Sisels. Also, eine richtig tolle Auswahl. so, genau, und das heißt, ihr habt hier ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk für eure Fellnase und ihr könnt euch auch noch mal richtig toll durchs Sortiment testen. Das ist wirklich für jedes Kaufverhalten, das passende mit dabei und die Zähne sind auch noch geputzt, und das ist halt richtig, richtig schön. Also, vielen Dank, Anja, für deine Bestellung und, ja, dass ich das endlich mal auch vorstellen durfte, weil, ich glaube, wir haben es noch nie in dem Live gezeigt und viele wissen es überhaupt nicht und, es ist eigentlich wirklich, wir haben die schon seit, ich glaube, 19 oder so und ich habe damals gesagt, okay, wir müssen unbedingt auch was Schönes für den Geburtstag haben. Ansonsten gibt es natürlich auch unsere Glückskisten, die gehen natürlich auch für den Geburtstag, aber die ist richtig so für den Geburtstag für den Hund ausgelegt. Ja, und auch eine wirklich schöne Box. Und, deswegen, also, Anja, vielen Dank, dass ich euch dafür heute die Möglichkeit hatte, das endlich mal durch deine Bestellung zu zeigen und, ja, du bekommst natürlich dich jetzt einmal und ich würde mich jetzt einmal, glaube ich, verabschieden von euch. Vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt und, dass ihr auch mal ein bisschen behind the scenes gucken wolltet und, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir jederzeit. Ich bin gern für euch da und wir beraten euch. Vielen Dank, eure Anke. Auf Wiedersehen. Einen schönen Abend. Und,